Der Schnee ist früher gekommen als geplant, haben im Garten noch ein paar Stützpfeiler gestrichen vom Pavillon. Da ist auch schon ein 10 cm Eisplatz im Wassereimer gestanden ist. Mal gucken. Gibt's doch Fire on Ice, oder? Mal gucken, ob der scheiß Band noch schön in Farbe gedrängt. Mal gucken, ob das so dran kugelt auf dem Eis. Ich muss mal ein bisschen nachhelfen. Ein Ding und brennt. So, da könnte man sich jetzt einen Eistee brutzeln. Neuem EDZ. Spyderco UK Pin. Feuer und Eis. So, da ist alles drin in der EDZ-Box. Wenn man es schon schafft, soll man wenig Spaß bei der Arbeit haben. Danke. Ein wenig zieseln. Gott immer. Naja, aber es ist halt total feucht. Auf jeden Fall ist es eine sehr sichere Feuerstelle in einem Eisklotz. Dann packen wir unseren Großstelle. Feuer und Feuer. Das ist schon richtig. Winter. Wenn wir das Winterfest machen wollen. Für nächstes Jahr. Also. Ferti. Jetzt werden wir noch etwas später und es brennt immer noch. Es kämpft gegen das Eis an. Ich glaube jetzt ist es ausgaben. Nein. Doch nicht. Und jetzt kommt es auch ein Tor. Da. Jetzt kommt es einfach. Barsch. Dann kommt es einfach. So, Feueraum für heute, fertig hier mit Fire on Ice, also jetzt endgültig vierte.